Was geht ab? Ich muss sagen, ich habe mir mit dem Video hier ein bisschen Zeit gelassen, das heißt es ist schon ein bisschen länger her alles. Also verzeiht mir die KLS-Jokes. Nur zur Info, am Anfang ist nur meine Sicht, weil Space einfach mit der anderen Sicht reingeschaltet hat. Viel Spaß mit dem Video. Okay, willst du vorher eine Ansage machen oder irgendwas, dann wollen wir einfach rein starten. Wir fetzen einfach los, wie schnell ich mich bauen kann. Okay, ich spring einfach mal, weil ich habe sowieso Feather Falling 3. Ich auch, aber ich habe keinen Feather Falling 3. Da kommt wirklich jemand mit dem Pferd. Yo! Okay, wir holen uns zusammen noch hier. Was holst du dir? Nein, was? Du bist auch unten. Junge, okay, was? Okay, okay, let's go. Let's go. Schnappst du dir, Tiger? So, ich spann dich mal. Hast du zufällig ein Wasser? Ich brauche nämlich immer ein Wasser, Skybus. Weil wenn du brennst, bist du halt tot. Ah, da unten, da unten, da unten, da unten. Los rein, los rein. Das ist made, das ist made, das made. Rein, rein. Oh, der eine zog. Okay. Ich will mal auf. Oh, oh. Oh, der neun zieht mich. Oh, okay, 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 habe ich, habe ich, habe ich, habe ich kein Problem. Da kommen gleich welche wieder? Ja, ja, wir looten erstmal noch ein bisschen. Ich habe jetzt 8 Gold jetzt. Ja, okay, dann lass es sofort hoch. Okay, wir können den Überraschungsmoment. Einfach rein. Einmal rein da, rein da. Ja, okay, okay. Und hier wie? Okay, wir können gerade umsetzen. Und der ist in die. Okay, er ist da, er ist da. Guck mal, was geht denn da oben ab? Ach, die machen ein bisschen Himmelskampf und so. Ich habe die Masteridee. Da drüben, da drüben sind welche. Wir müssen da jetzt einfach mit einem fetten Boost rüber holen. Ab geht's, Digga. Okay. Jawohl, perfekt, perfekt. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ähm, ähm, ähm. Du bist doch ganz gerannt. Hä? Ich gehe auf den oben. Hab ihn? Oh, du hast ihn verhast, Junge. Oh mein Gott. Oh, ja, Junge. Oh, ha, Alter. Oh, ja, Junge. Äh, Junge. Richtig, junger Gott. Ey, bin ich eigentlich der Einzige, der diese Map hier null feiert? Also, jetzt mal ehrlich. Ne, ich bin jetzt auch nicht so der größte Fan davon. Hinter dir ist direkt einer. Pass auf, komm, spring, spring. Ich habe alles in den Griff, pass auf. Okay, wir gehen auf den da vorne. Aber die haben zu guten Stuff, pass auf. Fällt sich weg, pass auf. Ich hoffe, das geht. Komm mal her. Mal was, sag. Du wirst einfach nicht... Komm, komm, komm hoch. Komm hoch. Du musst dir mal eines merken. Es gibt nur einen Weg und den nach vorne. Greif mal. Ich habe alles in den Griff. Okay, habe ich ihn gedrückt. Habe ich ihn gedrückt? Habe ich ihn gedrückt? Was machst du da? Warum bist du denn da? Oh, was ist denn mit dir? Ja, weil da geht das hin. Verdammt, ich renne. Ich renne raus. Ich renne, ich renne, ich renne mein Herz. Harte, wo bist du? Jawohl. Junge, Alter, ich brauche nur noch ein Herz. Boah. Das war extra reich gerade. Das ist so dumm. Amke, das ist nicht weg. Ich will das aus den Bildern herausbrauchen. Ich wollte Glas. Ciao. Du Arsch. Ich spreng dich weg, komm her. Boah, geh weg. Sicherheitsaufstand. Ach, da oben sind welche. Okay, okay, lass dir hoch, lass dir hoch, lass dir hoch. Jetzt holen wir die. Alter, ich bin wieder runtergefallen. Nein, egal, kein Ding, kein Ding. Hohle ich mich. Hohle ich mich. Oh, bin tot, ich bin tot. Ich komme. Übernimmst du, oder? Ja, ja, ich kläre die Situation, das ist kein Problem. Ah, oh, oh. Okay, der eine ist weg, der andere ist im Wasser. Was war das denn für ein Sexmanöver gerade? Rödo. Let's go. Yeah, GG. Sehr schön. Hi. Na? Mach ja schon mal die Basics. Feuchte Kopwurps, Kopwurps, Kopwurps. Brauchen wir nicht. Alles klar, dann lass mal der rüber. Nehm die einfach, ob sie jetzt hier drei, zwei. Hinter uns ist auch noch jemand. Wollen wir erst mal die hinter uns töten? Spannend, ich regel das ganz kurz. Machst du, regelst du, regelst du, mach du. Ich glaube an dich. Hast du, hast du, hast du. War kein Ding für mich. Zum Glück habe ich dich. Huch, wollen wir einfach rein? Einfach, äh. Ach, was? Einfach rein. Äh. Hab ein. Hab zwei. Hab drei. Ja, hast du. Hab vier. Hä? Okay. Äh, Dia-Dia-Dia-Dia-gestblatt? Ist das ein Dia-gestblatt? Ja, hä? filter. Wow, Sparbo mit dabei. Ah, ah, ah. Das ist legal, dass ein Däne hat. Okay, okay, okay. Willi? Komm mal. Das Schaller nicht rein Alles gut, alles gut Ich hab' nur meins Jaaa! Gewonnen! Ey Remus, du carryst mich so durch Danke, dass ich dich hab, ne? Willst du Tank nehmen? Ach, einfach Schneemann, um fett reinzuschwissen Aaaaah, alles klar Es ist einfach nur schade an der Stelle Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!